Und bietet euer Blut den Blut dort an. Nö. Ich bin unterwegs. Soll ich das Ziel zerstören. Wo war das Ding jetzt hier? Da. Stellung von strategischem Interesse. Das ist ja eigentlich, warum ich das alles einnehme. Am Ende brauch ich das sowieso nicht mehr. Am Ende brauch ich das sowieso nicht mehr. Aber gut, okay. Wie gesagt, da ist es da. Was wir hier brauchen können, können wir hier brauchen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich jetzt hier weiterlufe. Da, 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 da. Ich treffe bald ein. Ich weg mir noch ein paar Rollen. Aber das können wir ja auch da oben machen. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Er ist bestimmt total begeistert, dass ich jetzt hier komme. Ich bin unterwegs. Du glaubst, die E-Mail ist noch die Hälfte. Das ist ja. Bsp. Die Flasche. Die Flasche. Ich bin unterwegs. Nein, hier ist klar. Kein ehem seinen echten Spaceless! Ok, eins fällt drei. Ne, eigentlich alle da. Glaubt mir so vor, ob überhaupt jemand fehlt. Da unten. Gehe jetzt. So. Verräter! Versager! Wir gehen uns keine Krass zu machen. Die Verräter gräzen an! Bin unterwegs. Ich habe schon härtere Gegner erlegt. Was? Geht mich, diese Welt in Arme fliegt. Sergeant Tarko. Geht mich, diese Welt in Arme fliegt. Geht mich, diese Welt in Arme fliegt. Aus. Es gibt noch weitere Ziele. Ich werde angegriffen. Tarko steht unter Beschuldigung. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Auf der anderen Seite. Ich bin unterwegs. Aber ich bin unterwegs. Das ist ein stärkeres Ziel. Schau! 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 Einfach nicht stark genug! Dort! Mit dem Plasma-Laber! Der Schall ist der Schall! Wunder, den Beschoss! Schall! Schall! Mit dem Plasma-Laber! Schall! Schall halten, du! Schau! Schall halten, du! Besiegt! Wie jedes Chaos! So! Stellung gesichert! Es ist nur eine Frage der Zeit! Ich bin jetzt schon auf den Einkampf begeistert. Ich werde nicht wissen, wie viel Leben der hat! Kontrollpunkt erobert! Wie teuer wären die hier? 400! Okay! Hier ist Captain Diomedes! Ich treffe bald ein! Tarkus! Tarkus! Feind aufgespürt! Tarkus! Tarkus! Häh well! Jetzt holen wir hier auch noch. Jetzt holen wir hier auch noch. Gehen wir dich in deinen Scheren an. Ja, nie. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist ein leichtes Ziel. Können wir aus mit Tannos hier untersehen? Die haben uns fest genagelt. Komm. Und... Was ist das denn? Ja... Okay. Das ist so ein Scheißer. 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 Ziel eliminiert. Verräter, Versager, Feinde! Weht mich auf deine Scheißer. Erledigt. Freilichtes Ziel. Ähm... Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem, denn, wa? Ziel eingenommen. Erledigt. Bald gehört er dem Imperator. Ähm... Ziele gesichtet. Ich habe da jetzt ein echt ernstes Problem. Ziel eingenommen. Wir sollen geschehen wie gewonnen... Weiß... Ich werde angegriffen. Welimiliin. Welimiliin. Da! Sankt euch! Da, die ist klar! Komm, Anzahl! Achtung! Alter, Leute, ähm. Kann ich mich verarschen? Alter. Neue Positionen einnehmen. Die Garten des Maschinengottes halten mich in der Schlacht. Ich höre. Nächstes Ziel. Alter, das geb ich da jetzt nicht. Das kann er jetzt echt nicht wahr sehen. Also das Ding ist hier unten. Oh Gott, deswegen. Habe ich ja echten weit in die Kommune. Warte mal, hier ist ja ohne eins. Okay. Ne, alle tut. Alle tut. Ich treffe bald eins. Ja, unten ist ja ohne eins. Also, hier so. Ja. Lass mal sehen, dass ich da überhaupt hinkomme. Pyras ist begeistert. Was? Feindliche Ziele. Komm her, ja. Feindliche Kerle auf dem Feld. Du glaubst, du bist so gut wie ich? Im Allkampf kann ich mehr gehen. Ich habe schon härtere Gegner erlegt. So. Alter. Es gibt noch weitere Ziele. Na, da kommen wir noch ein paar. Mehr ein hier. In Bewegung. Es soll geschehen wie gewollt. Du glaubst, du bist da. Panzer. Einfach nicht stark genug. Ich will mich jetzt verarschen mit dem Panzer. Jetzt. Sei stark und sei bereit. Einfach nicht stark. Für mich. Das ist nicht alles rechts. Das sind noch weitere Ziele. Ich verthalten, Bruder. Der Kampf begift. Eliminiert. Ich lege jetzt los. Es soll geschehen wie gewollt. Eine Vergeutung von Menschen. So. Bin unterwegs. Die Musiker noch einnehmen. Schnell. Schnell. Die Musiker noch einnehmen. Schnell. Gut. Ich bin unterwegs. Die Musiker noch einnehmen. Hier ist klar. Tarko-Zier, unter Schwäge geht's für ein Rassus. Verräter, Versager, Feinde! Wollen wir mal ab jetzt, so? Tarko-Zier, unter Schwäge geht's für ein Rassus. Tarko-Zier. Ist richtig? Nein. Ziel eliminiert. Ein leichtes Ziel. Wer sich nicht beugt, wird fallen. Holt euch nicht aus. Es gibt noch weitere Ziele. So. Soll ich das Ziel zerstören? Ziel zerstört. Gabriel, Sie waren immer der Beste von uns. Ich werde Sie rächen. Kyras, nun spiegelt der Mann das Monster wirklich wieder. Waaah. Ich gehe jetzt. Haut ab. 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 Ich höre! Fortfahren! So! Sturmkanone wird bereitgestellt! Jawoll! Sergeant Tacos Was? Verbesserung hat geschlossen! Ich bin unterwegs! Na jutsch, dann wollen wir mal! Können wir mal hier raufauen? Ich würde funktionieren! Ich gehe jetzt! Ich werde angegriffen! Die Verräter legen eure Schlangen zu! Auf? Mal für meine User! Abwechslagen auf meine Seite! Nehmen wir das nicht mehr! Die Stimmen wird nicht weiter! Wir müssen los! Ah, okay. I am here to go. Das stehe ich durch! Sie ist krank! Sie lag abgefallen! Es ist geschwärm wie gewonnen! Alle! Alle! Ein leichtes Ziel! Ich sehe schon aus! Sie sind krank! Sie sind krank! Sie sind krank! Sie sind krank! Oh, doch! Es soll geschehen wie gewonnen! Durch Nachkampf gebunden! Unsere Welt wurde von einer unheiligen Last befreit! Die sind sechs Befi springt! Im Серbeil! Ich bleibe meine olpinne! Es soll mich ein was成果. Ein leichtes Ziel! Dies bereit zum Feuern! Ein leichtes Ziel. Du bist geheilt! Feindliches Ziel eliminiert. Deicht nicht aus. Lass die Kraft, die Bezine. Ich lege jetzt los. Ich will an den Gehörn. Ich will an den Gehörn. Ich will an den Gehörn. Hör mir an den Gehörn. Was jetzt? Ein leichtes Ziel. Unerfischt. Das ist ein Problem. Ja, das ist sie da, wa? Achso, geht er nicht. Wie gehe ich? Uuuh, was geht's jetzt. Mergen. Feindliches Ziel. Es soll geschehen wie gewollt. Hier ist Tarkus. Reden Sie weiter. Bestätigt. Hier ist Captain. Alter, wird ein Verarschen. Durch mir! Versiegt, wie jedes kann es sein. Ein Terminator ist der Fall. Torst und Ehre! Soll ich das Ziel zerstören? Ein lechtes Ziel mitgetrunken Bruder! Komm her! So! Ich lege jetzt los! Es soll geschehen wie gewollt. Alter! Minimiert! Ein lechtes Ziel! Ziel getötet! Lassen Sie mich überlegen! Ich schluss, den Schuels! Ich schluss, den Schuels! Ich schluss, den Fallein! No, da, Vix. Es wird noch weitere Schlachten geben, sage ich. Ich treffe bei, bei! Es wird nur eine Ruine übrig bleiben. Schau! Wie lange ist stehe ich durch? Sei stark und kein Gegner für einen echten Space Marine. Es soll geschehen, Sie gewonnen. An die Verkäufe von Menschen. Es soll geschehen, dass jedes Haus von der Schuhe eliminiert. Hier ist Captain the Earth. Hey, da haben Sie es heute. Jetzt brauche ich da gerade noch ein Zingelter und ein Zerpflügel. Wenn man wurde zerstört. Stellt euch mir, Monster! Schulsturz und wir retten! Befehle? Soll ich das Ziel zerstören? Wir stellen euch eine Schmühle. Das ist noch eine Schmühle. Waaah! Das ist auch sei vallig. Das ist ein Zerpflügel. Der Feind zielt auf eine Ragefortzone. Es war nur eine leichte Runde. Seelenilluminiert. Kein Gegner für einen echten Space Marine. Der Feind hat uns in einen Nahkampf verwickelt. Hurt euch nicht auf. Was sind noch weitere Ziele? Wir müssen jetzt mal zurücktreten. Danke. Gut. Erstmal kurz. Ja, ist erstmal nicht so schlimm. Ja, ist auch nicht so schlimm. So, bauen wir mal mit dem Ding hier. Oh, noch nicht mal die Hälfte. Und jemand fehlt hier. Ne, alle da. Ja, ja. Äh, achso. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020